...mit ein weißer Mann auf der Straße. Ich hab schon mal einen gesehen. Aber so einen noch nicht. Ruf zur Frau, die Polizei an. Sagt den Bullen, sie sollen sich behalten, ihr wird gleich jemand gekillt. Morgen. Ein wunderschöner Tag heute, Sir. Geht's Ihnen gut? Ich will ja nicht persönlich werden. Aber ein weißer Mann, der in Harlem ein Schild trägt, auf dem ich hasse... ...steht, hat entweder ein paar ernste private Probleme oder nicht alle Tassen im Schrat. Also, Sie haben etwa 10 Sekunden, bis diese Typen Sie sehen. Und dann wird es furchtbar, dann sind Sie dran. Haben Sie verstanden? Ich glaube, das wird heute nicht ein Tag. Absolut nicht. Sir, das ist eine Polizeiaktion. Zu Ihrer Sicherheit... Sie haben verdammt recht, das ist eine Polizeiaktion. Und zu Ihrer Sicherheit muss ich Sie auffordern, Ihren Hintern in mein Geschäft zu bewegen. Was zum Geier ist denn das? Oh, Scheiße.